Hallöchen, heute stellt sich mir die Frage, können sich Krankheiten auch übers Internet verbreiten? Nein, das ist natürlich Quatsch. Es war reiner Zufall, dass ich ein Video von Simon gesehen habe, wo er krank war und ich danach auch jetzt vollkommen fertig zu Hause bin. Aber natürlich stellt sich die Frage schon noch. Aber nein, Quatsch war ein Witz. Nee, auf jeden Fall, ich bin krank, deswegen kommen bei mir oder von mir momentan nicht so viele Videos, wenn alte. Ich gucke, dass ich heute nochmal eine Hörbuchrezension auflege, aber ansonsten wird erstmal nicht so viel von mir kommen. Aber ich hoffe dann doch, dass ich relativ schnell wieder gesund werde, um viele Videos noch für euch produzieren zu können. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und jetzt werde ich auch noch gerufen. Hilfe! Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn, dann geht mein Daumen hoch. Wenn nicht, dann halt nicht. Abonniert den Kanal, weil nicht nur ich bin hier ja aktiv, sondern auch meine Kollegen wie Julian, Gulva oder Heiko. Also, ich wünsche euch, wie gesagt, noch einen schönen Tag und weiterhin viel Spaß auf unserem Kanal.